Musik 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 Ist hier da unten? Ja hier! Guck mal! Komm du alter! Du bist eh nix alter! Komm ich hier raus! Weg hier! Wir müssen nach Woodhaven! Woodhaven ist unser Ziel, mein Freund! Wir haben auch mal rausgefunden, dass wir gerade erst mal 21 Uhr haben! In-game, ne? Ja! Oh man! Das kann was werden! 21 Uhr! Leute, das heißt ihr werdet schöne dunkle Folgen erleben! Ja, voller ähm Ängstlichkeit und Nix Sehendes! Nein! Blindheit! Oh oh! Ich find's scheiße, dass sie keinen... Mach deine Tasche aber aus! Trägt dich aus du! Soll ich dich erschießen? Nein! Ich hab dir auch Sachen nachgegeben! Ich find's nur scheiße, dass sie keinen... Kontrastregler oder so gibt im Spiel! Achso, Gamma-Regler und so'n Gedülsen! Gibt's wirklich nicht? Nee! Kannst du nix ändern! Oh man! Da hinten ist Woodhaven! Da ist unser Ziel! Da soll's auch ne Menge Loop geben, meint der eine zu uns in der ersten Folge! Ob's stimmt, wissen wir nicht! So, werden wir ja sehen, oder? Ja! Wir werden auch sehen, ob die Stadt da viele Einwohner hat, oder? Ja, für mich hört sich der Name eher so wie eine Kleinstadt an! Ja, hört sich wirklich so an, ne? Woodhaven so, was ganz Kleines! Aber es ist so weit weg, da muss doch was sein! Weiß ich schon! Hauptsache es ist erst 21 Uhr in Stockduster! Ich hätte erwartet, dass man gerade so noch den Sonnenuntergang sieht! Mitternachts könnte es noch dunkler werden! Meinst? Ja! Da hinten links ist Woodhaven, glaub ich! So aus! Ist hier nur Büsche! Da hinten ist alles voller Häuser, glaub mir! Wir gehen über die Brücke da vorne! Da vorne ist glaube ich auch ein Schild! Steht da Woodhaven drauf? Ne! Der andersrum! Sultan und Zillepark geht's da lang! Okay! Wie kam der gerade aus Sultan nicht? Hier ist ne Brücke! Waren wir gerade in Sultan? Nein! Pinecrest! Ist okay, Pinecrest! Woodhaven! Ah, hier wieder der Riesenfluss! Mhm! Was weiß ich feiern würde, so mit Angeln und so! Fischerangeln! Das wär cool! Aber ich glaub, würdest du hier angeln, würde die nächstgelegene Scharschütze dich umbringen! Naja! Sitze da am See, ey! Und auf einmal Kugel in den Kopf! Oh, viele kleine Kleinhäuser! Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir die Stadt hier schon jetzt nicht gefällt! Gleich schon wegen der Lichter! Oh, die Lichter, ne? Ich seh nix! Ich muss meine Taschenlampe ziehen! Okay! Sonst seh ich hier rein gar nicht! Machst du, machst du die rechte Seite? Ja! Ich mach die linke, okay? Gut Glück, Johnny, bei der Loot-Suche! Ja, wenn die auch! Äh, Tomatensaft? Plebsi! Na, Plebsi ist immer gut! Plebsi ist saugut! Kühlschrank komplett leer! Wir finden eine schöne Waffe oder sowas! Ja, mit Fingern! Oh, lol! Hier ist ein riesen Wildschwankopf an der Wand! Ja! Haha! Ich wusste nicht mal, dass es diese Deku überhaupt gibt! Ach, fuck! Mein Finger tut weh, ja! Das? Na ja, nun, das kratzt da gerade! Kratzt da gar nicht! Die Katze ist da unterwegs, oder was? Ja! Ich hab ne 10er Pistole gefunden! Schön, schön! Also, diese MK! Sehr gut! In einem Haus, ja? In dem ersten Haus, wo du drin warst? Ja! So eine Piste! Nice, nice! Orangene Track-Pants! Nee, danke! Ich glaub, du hast, glaube ich, den größten im Spiel, oder? Ich weiß es nicht! Also, er hat... Angenehme Warte! 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6 mal 4 sind... 24, ne? 24 Slots hat er nur! Ja! Ich weiß nicht, ob... Es gibt bestimmt auch einen mit 30! So, ich geh mal weiter! Nächster Haus rein! Wieso? Ich bin schon voll, Alter! Wie, du bist voll? Wenn man rucksack schmeißt, ich schmeiß meinen ganzen Scheiß raus, wenn ich dich verbrauche! Aber wenn ich irgendwas, äh, behalten soll für dich, sag Bescheid! Ja! Halt alles auf! Aber ich sag mal, 24 Slots sind angenehm! Aber mehr wär natürlich geiler! So, ich hab hier genug Platz! Was? Also, in meinen Häusern ist tote Hose! Uh! Ui! Was? Was hab ich da denn bekommen? Whisky gefunden! Ich hab ein neues Crafting Rezept gelernt! Du! Okay! Ganz gut eigentlich, oder? Äh! Ich hab' ich aber! Du weißt, wie ich mein' So, hier kommen keine Häuser mehr auf meiner Seite! Ne? Doch jetzt! Jetzt sind hier so ne... So was in der Art! Boah! Garagen sind hier! Ich schaue mal hier! Sind ja eigentlich ganz geil eingerichtet die Garagen von innen! Aber hier ist nie etwas drinnen! Bisher! In dem Fall! Okay! Sehr, sehr, sehr geil! Wieder Nägel gefunden! Soll ja gut sein zum Bauen, ne? Ja! Da ist noch! Habt ihr Nägel? Ich brauche Nägel! Jetzt geht's in das nächste Haus! Da vorne? Vielleicht? Oh, hier sieht's doch danach aus! Komm, komm, komm! Peaches! Potatoes! Ne, danke! Ich brauche keine Kartoffeln! Ich bin noch auf der rechten Seite oder bist du woanders lang gewandert? Ich bin da, wo ich vorher... Immer noch, ne? Bin gerade ausgegangen! Ja! Super gefunden! Metal Military Kantine bauen! Hier! Metal Military Kantine habe ich auch! Okay! Brauche ich da nicht mitnehmen! Vanage drinnen! Okay! Das ist! Aber du brauche ich nicht unbedingt! Also trinken und essen ist hier ja was drinne, aber... Wir bräuchten Waffen unbedingt! Und Munition, ne? Ja! Die Munition! Wollen ja auch mal zum Airfield, nicht? Oh! Darauf freue ich mich jetzt schon! So! Was denn? Hier ist mal wieder nichts! Hier oben! Irgendwie in dem einen Haus, in dem Dachboden ist nie etwas! Da brauche ich gar nicht mehr hochgehen! Hm! Das ist mal der gleiche Verschnitt! Ach! Da bist du! Guck mal! Hier! Hallo! Hi! So! Was geht hier? Oh! Meine Seite ist zu Ende! Bleibt nur noch das Ende aus hier vorne bei mir! Warte mal! Johnny! Da vorne! Guck mal! Da sieht es doch interessant aus, nicht? Ja! Wollen wir da mal hin? Jetzt schon! Nimm noch das Haus hier mit! Okay! Nimm das Haus mit! Kurze Lecks! Warte! Ich geh in das Nachbarhaus noch rein! Ich hoffe nicht, dass du jetzt hier drinnen bist! Nee! Du bist in dem anderen drinnen, ne? Ah! Aber hier in den normalen Häusern, sag ich mal, es ist nie etwas dickes, ne? Ich glaube nicht! Jetzt haben wir... Ja, okay! Du hast eine Pistole gefunden! Das ist so mal... etwas, was man nicht verschmähen kann! Ja, ja! Sie sieht so aus wie die Kruger-Pistole! So! Ich glaube wohl nicht, dass sie so doll ist! Naja, wenigstens eine Pistole, Alter! Hier wieder dieser Dachboden, wenn ich mir auch nichts... Das geh ich hier nie wieder hoch! Das... Backtrack-Pants! Das... Kommt ja doch etwas... ... 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